Der Bäcker Bäcker Brot, der Fischer Fisch, der Ermittler ermittelt. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Du kennst meine Stimme, aber du weisst nicht, wer ich bin. Das erste Mal ist immer schmerzhaft, aber unvergesslich. Am einfachsten geht es, wenn du deine Stirn gegen die Wand leihst. Dann stellst du dir vor, dass wir uns auf der anderen Seite dieser Wand treffen. Alles, was uns bewegt, ist in unserem Kopf. Egal, was wir uns vorstellen, was bleibt, ist die Essenz. Was ist los mit dir? Das ist die beste Frage, die du bis jetzt gestellt hast. Die Antwort passt nicht aufs Telefon. Vera. Always. ARD Text im Auftrag des Vizepräs